Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich für euch eine kleine Box vorbereitet, die habe ich von Grand Candy bestellt. Da habe ich allerhand Sachen drin, die ich noch nicht kenne. Also für euch wird es eine Mystery Box sein, für mich halt eher nicht. Aber ich kenne diese ganzen Sachen noch nicht, die hier drin sind. Daher, ja, probieren wir einfach mal und schauen mal, was drin ist. Als erstes habe ich hier Doritos Bits mit Honey Barbecue Flavor. Also kleine Stücke mit Honig und Grillgeschmack. Ja, also die sehen ein bisschen aus wie Nudeln oder eben halt wie kleine frittierte DNA-Stränge, sage ich mal. Irgendwie witzig. Auf jeden Fall probiere ich das Ganze mal. Hm. Wow. Ich muss mehr probieren. Boah. Ich weiß nicht wirklich, ob das Honey Barbecue Flavor ist. Schmeckt für mich jetzt nicht so, aber es schmeckt trotzdem extrem lecker. Ich weiß nur nicht, wonach. Wenn es nach Barbecue schmecken soll, dann ist es wirklich sehr mild und ja, nicht wirklich vorhanden. Aber eine leckere Sorte, wie ich finde, komischerweise. Als nächstes habe ich Muddy Beers. Das sind so, ja, schlammige Beeren. Irgendwie witzig. Milchschokolade überzogene Gummibärchen sozusagen. In drei verschiedenen Geschmackssorten mit Apfel, Ananas und Erdbeere. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Das Bild ist irgendwie auch ziemlich witzig von der Verpackung. Hätte nicht gedacht, dass sich jemand so über so einen Überzug freuen kann. Probiere ich das auch mal. Okay. Aber das ist verletzend. Also das ist ein ziemlich witziges Produkt, wie ich finde. Schmeckt halt überhaupt nicht nach Schokolade und überhaupt nicht nach Gummibärchen. Es ist einfach nur, ja, ein übelster Blombenzieher, finde ich. Und man schmeckt vielleicht ein bisschen von beiden. Aber das ist wirklich sehr mild. Das nimmt sich beides irgendwie den Geschmack weg. Sehr komisch. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als nächstes die Creamy Milk Schokotubes von Hershey's. Also Milchcreme, Schokoröhrchen von Hershey's sehen schon eigentlich ziemlich cool aus. Sind nur schon ein bisschen blasser. Die sind wahrscheinlich schon ein bisschen gereist. Riechen tut es jetzt einfach nur noch ganz normaler Milchschokolade. Probiere ich auch mal. Oh. Was habe ich denn da gekriegt? Ah. Moment. Diese blasse Farbe hätte es mir eigentlich schon verraten können. Aber das Produkt ist einfach verdorben. Das schmeckt einfach furchtbar. Als nächstes habe ich dann einen mit Schoko überzogenen Oreo-Kuchen. Von der Idee her eigentlich ziemlich cool. Erinnert mich ein bisschen an diese Küchlein, die wir auch haben. Die so mit dieser weißen Creme gefüllt sind. Aber extrem klein. Probiere ich auch mal. Hm. Ja, ist okay. Ja, und genauso wie ich dachte, schmeckt es auch. Also wie diese Törtchen, die man im Laden kaufen kann. In diesen Zweier-Packs, die so Creme-Füllung haben. Ganz okay, finde ich. Aber ja, bei der Größe und wahrscheinlich bei dem Preis. Nee, muss nicht sein. Als nächstes habe ich dann ein etwas neueres Produkt von Oreo. Das sind Oreo Coutails. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht. Zähes Karamell mit Oreo-Creme-Füllung. Und außenrum noch Oreos drin. Interessant. Finde ich, ja, mal was anderes. Probiere ich aber auch. Das Zähes Karamell an sich schmeckt wirklich nicht nach viel. Das soll mit Oreos zersetzt sein, aber schmeckt überhaupt nicht danach. Ist einfach nur süß. Und dadurch ist die Creme irgendwie ziemlich langweilig. Zu guter Letzt habe ich die neue Dr. Pepper. Das ist eine Dr. Pepper mit Strawberries and Cream. Also, ja, Erdbeer-Sahne. Bin mal gespannt, ob das so schmeckt wie diese von Chupa Chups mit Erdbeer-Sahne. Ja, sieht jetzt einfach nur aus wie eine Dr. Pepper, ne? Ich habe jetzt irgendwie mit einer richtigen Farbe gerechnet, ne? Das riecht ja furchtbar. Das riecht so künstlich nach Erdbeere, ne? Oh, Mann. Naja, probiere ich auch mal. Okay. Also, diese Dr. Pepper hat nichts Cremiges an sich, nur dieser Erdbeer-Geschmack. Der ist so richtig, richtig knatschig und richtig, richtig künstlich. Puh, das ist schon ein harter Tobak. Ich glaube, da bleibe ich doch bei Vanille Float und bei der Standard-Version. Wie hat euch die kleine Mini-Mystery-Box gefallen? Lasst mal eure Meinung einfach in den Kommentaren stehen. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Spock-Watts. Also bin ich mal gespannt, wie es so schmeckt und was auch drin ist. Also zumindest für euch da zu Hause, ähm, wohin gehe ich denn mit? Mit Honey-and-BBQ-Flavor. Also kleinere Stücke mit Honig und Gartengeschmack. Ich weiß nicht wirklich, ob das Honig-BBQ-Flavor ist. Ich weiß nicht wirklich... Äh... Schoko-überzogenen Oreo-Kuchen. Eigentlich ganz cool vom Äußeren, wie ich finde. Nur extrem klein, das Teil. Erinnert mich... Äh... Habe ich ein relativ neues Produkt. Das sind Oreo-Tails oder Oreo-Kaute. Das sind Cow-Tails von Oreo. Also Kühlschwänze. Äh, Kühlschwänze. Kühlschwänze. Was ist das denn für ein Wort? Ich meine, ich lege ja nicht so viel Wert drauf, auf das, wie ich es, ähm, prononziere. Wie nennt man das? Wie ich es aussage? Wie ich es spreche? Ist nicht so wichtig. Ähm... Weil dadurch passieren erst die Fehler. Aber das war jetzt irgendwie witzig. Das war jetzt.